Ich konnte nicht so schlafen, ich war so überwältigt. Die ersten 5 Sekunden, da war ich in den Zirkeln glücklich, glücklich, schreitig und schreitig. Ja, das ist das beste Gift, das ich kann bekommen. Das hat mich sehr viel, große Gefühle. Aus Dortmund zu unserem Spieltagsrückblick. Ja, was waren das gestern für unfassbare Schlussminuten in Freiburg? Aus 0 zu 1 wurde 3 zu 1. Und gestern gab es eine Premiere, das erste Bundesliga-Tor von Jamie Bayno Gittens. Darüber habe ich heute noch mal mit ihm gesprochen. Loslegen wollen wir aber mit den Netradio-Highlights. Da war gestern Boris am Start und mein Kollege Tobias Dornbusch, der hat Nobby vertreten. Und das klang so. Bayno Gittens aus der zweiten Reihe, er rutscht Flecken durch. Und der ist drin, der Ausgleichstreffer für den BVB. Bayno geht ins 1 gegen 1. Geht ins 1 gegen 1, steckt den Ball durch. Julian Brandt legt ab auf Yusufa Moukoko. 2 zu 1 für den BVB. Lina da im Zweikampf mit Wolf und Moukoko. Aber der Ball landet beim BVB. Wolf geht da in den 16er, zieht ab und der Ball ist im Tor. 3 zu 1. Drei Joker-Tore, das gibt es tatsächlich auch nicht so oft. Da hat Edin also mit seinen Einwechslungen alles richtig gemacht. Und bei der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde er mal zu Jamie Bayno Gittens befragt. Und das hat er gesagt. Wichtig war, dass Jamie heute, wenn er reinkommt, nicht einfach mitspielt, sondern versucht, den Unterschied zu machen. Jamie hat einfach unglaubliche Fähigkeiten, das Spiel zu beschleunigen, enge Situationen aufzulösen. Und das war heute nötig, um das Spiel nochmal zu drehen. Daran haben wir ihn erinnert und er hat es sehr gut gemacht, hat sich dann auch noch mit dem Tor belohnt, hatte vorher auch ein paar gute Aktionen. Und ja, wenn das so weitergeht, dann hat er eine große Zukunft vor sich. Der Trainer voll des Lobes und jetzt wollen wir Jamie auch endlich selber hören. Hier ist Jamie Bayno Gittens über sein erstes, wenn auch kurioses Tor in der Fußball-Bundesliga. Ja, Jamie, was ein Spiel gestern. Wie war das? Wie war das, als du in der Fußball-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga? Der Ball-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundes Wir waren sehr glücklich, glücklich und glücklich. Was hat sich dann nach dem Spiel passiert? Kannst du dir die letzten 15 Minuten beschreiben? Ja, es war eventvoll. Wir waren gegen die anderen Team, hatten wir ein paar Chancen und dann haben wir zwei Gäste gespielt. Das war ein guter Spiel, um zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen. Hast du gesehen, was Jude auf Instagram postet? Ja, ich weiß nicht, die Sons. Jude ist ein großer Spieler und wir spielen und scoren, das ist das wir tun. Wie wichtig ist Jude für dich für deine Entwicklung? Ja, er ist ein großer Spieler, ich bin 19 und ich bin 18 Jahre alt, und ich versuche, was er gemacht hat. Was hat der Trainer gesagt, bevor du auf dem Spiel ging? Er hat mir gesagt, dass er einen Erfolg hat, um zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen. Edeen hat dich nach dem Spiel ein Spiel-Changer zu machen. Was bedeutet das für dich, wenn der Trainer sagt, was du so etwas? Das bedeutet viel, es bedeutet, dass er mich in mir für die Erfahrung in der Spiel zu machen, um zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen. Und jetzt, endlich, morgen ist es frei? Ja. Was machst du? Ich schnaufe. Ich schnaufe. Ich schnaufe. Ich schnaufe auf PS5 und YouTube. Ich schnaufe den ganzen Tag. Ich schnaufe. Ich schnaufe. Genau. Ich schnaufe aus Dortmund.